Ja, hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Was ich hier mache, ist ein Action-Cam-Test. In dem Fall mit der AS100, HDR AS100 von Sony, um es genau zu sagen. Die ist gerade heute Morgen eingetroffen und ist die erste Kandidatin eines Sechser-Testfelds. Ich konnte mich nicht beherrschen und jetzt habe ich gleich mal die erste Ausfahrt damit gemacht. Bin quer über die Insel Reichenau gefahren. In dem Fall jetzt nicht wirklich ganz querfeldein. Das werde ich noch machen mit dem gesamten Testfeld. Aber damit ihr mal einen ersten Eindruck habt, was die Kamera kann, kontrollieren tue ich sie im Moment gerade hier mit meinem Smartphone. Denn die Kamera lässt sich per Wi-Fi verbinden, ist auch eine Fernbedienung dabei. Das Gehäuse ist nun splash-proof und das Ganze klappt jetzt auch inzwischen mit PAL-Format und NTSC mit 50 bzw. 60 Vollbildern. Die Kamera ist in jedem Fall also sehr spannend, schon allein deshalb, weil sie auch einen eingebauten Spielstabilisator hat, den ich in dem Fall jetzt auch aktiviert hatte, sodass es jetzt schon einen Rückschluss lässt, was die Kamera wirklich kann. Eingestellt ist sie im Moment im natürlichen Modus. Das geht auch noch mit Vivid, das heißt also mit bunteren Farben. Auch dazu wird es noch Testszenen geben. Aber jetzt erstmal den ersten Eindruck. Und damit ihr wisst, was so als nächstes noch kommt und damit es sich für euch lohnt, uns zu abonnieren, sage ich euch einfach mal, was als nächstes noch im Testfeld ist. Das ist nämlich die Action Pro X7, die HD Pro 2, die Brown Master, die Socom Ultimate und die Toshiba X-Boards. Alles neue Kameras, die in jedem Fall im Vergleich zueinander laufen werden, auch dann richtig querfeldein. Und ich wünsche viel Spaß jetzt beim Anschauen, auch im Anschluss von der kurzen Erklärung, wie die KPS-Daten der AS100 funktionieren. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 So, let me explain about our new feature, using the GPS function. I used the AS30V plus the GPS function with the switch on. And if you take a cool video with our action cam A30, and then please import that movie clip into your PC. And if you install the PlayMemories Home, which is freely downloadable, and you will see the whole pictures you take by your action cam or any other Sony's products. And please look at this. And please look at this. I would like to, for example, try to create the movie editing using this movie clip. And if you choose the tools, and then you will find the edit media files menu. And then you can easily just drag and drop to the windows of the resize or multiple view using. And then just click next. And then you can edit like all the kind of like three parameters of like OSD display design. And you can click like create and edit the video. And what you can see as an after effect is actually a cool movie like this. So you will see that the map view, which you take with your action cam. And then you will see like date, clock and everything or like average speed and the speed you are now moving. So actually if you look at the movie like that, you can see that you are now like speed up. Okay. So that's very cool function of the action cam. Thank you very much.